Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan, ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute geht es mal um eine komplette Lightroom-Retusche. Und ich habe jetzt hier mal ein Bild rausgesucht, was ich selber auch noch nicht bearbeitet habe. Das bedeutet, ihr seht jetzt wirklich live, wie ich Entscheidungen treffe an diesem Bild. Und wie ich das Bild vielleicht auch ein bisschen schöner mache. Also, viel Spaß damit. So, ich habe hier mal ein Bild rausgesucht. Das habe ich von Berlin gemacht und zwar von einem Hochhaus. Es ist immer ganz schön, wenn man in Städten einen bisschen höheren Blickpunkt hat, dann hat man einfach einen besseren Übersicht. Und man sieht auch so ein bisschen die Skyline, wobei die Skyline von Berlin jetzt nicht so dramatisch ist im Gegensatz zu anderen Städten. Aber man hat doch einen ganz coolen Überblick hier über den Alexanderplatz zum Beispiel. Und das ist jetzt hier ein Punkt, den kennt wahrscheinlich jeder Fotograf, der in Berlin schon mal auf dem Hochhaus war. Der geht eigentlich auf dieses Hochhaus, weil man da halt einfach einen sehr, sehr coolen Blick hat und eine schöne Komposition. Und ich möchte dir jetzt einfach mal zeigen, wie ich diese Bilder bearbeite, beziehungsweise wie ich dieses Bild jetzt explizit bearbeite. Ich fange mal an, meistens in den Grundeinstellungen. Manchmal, wenn ich daran denke, gehe ich als erstes in die Objektivkorrekturen und werde jetzt hier die Profilkorrekturen aktivieren und die chromatischen Aberrationen entfernen. Dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit, die Helligkeit so ein bisschen besser zu beurteilen. Dann in den Grundeinstellungen. Und ich gehe jetzt als nächstes hier rein und werde jetzt hier mal so ein bisschen die Tiefen noch auffällen, damit ich auch einfach hier unten gerade noch so ein paar mehr Details habe. Ich werde es jetzt hier nicht übertreiben auf plus 100, weil das sieht schon wieder ein bisschen unrealistisch aus. Ich denke mal so hier zwischen 40 und 50. Ja, ich denke mal, ich lasse es bei 40. Das ist ein ganz guter Wert. Ich gucke jetzt hier oben auch immer auf das Histogramm. Und das bedeutet, wenn ich jetzt hier keinen Anschlag an der linken Seite habe, dann haben wir keine Schwarzwerte in diesem Bild. Und das bedeutet, es ist nirgends zu 100% schwarz und wir haben überall noch Details. Vielleicht mache ich es auf plus 45. Das war einfach ein bisschen mehr Details, die noch drin haben. Aber so gefällt mir das schon ganz gut. So, im nächsten Schritt werde ich jetzt hier die Lichter noch so ein bisschen runtersetzen. Ich denke mal auch so ungefähr minus 40 ungefähr. Das sieht doch so schon ganz okay aus. Vielleicht kann man es ein bisschen mehr machen. Wobei ich will es nicht zu doll machen. Also minus 50 ist in Ordnung. So, wir hatten hier noch so ein bisschen Farbe im Himmel drin. Das bedeutet, der Sonnenuntergang, der ist eigentlich hier weiter links vom Bild geschehen. Aber so ein bisschen Farbe hatten wir noch im Himmel drin. Und von daher gefällt mir das so hier schon relativ gut von den Farben her auch. Ich denke, ein bisschen dramatischer könnte der Himmel noch sein. Aber das werden wir gleich noch ändern. Kommen wir als nächstes mal zum Weißabgleich. Ich werde mal gucken, was passiert, wenn ich das noch so ein bisschen mehr ins Wärmere ziehe. Wobei, es sollte nicht zu warm sein. Ich denke mal hier so in dem Bereich kann man es lassen. Und vielleicht noch die Tonung so ein bisschen nach oben. So ein bisschen mehr Magenta reingeben. Aber auch hier sollte es nicht zu krass sein. Also plus 8 ist in Ordnung. Werden wir vielleicht auch am Ende noch mal so ein bisschen abändern. Aber jetzt einfach mal so für den groben Überblick erstmal ist das dann auch so ganz in Ordnung. So, mit gedrückter Alt-Taste werde ich jetzt meinen Weiß- und meinen Schwarzpunkt setzen. Also da kann man dann immer hier ganz gut an der Maske erkennen, wo man schon ausgebrannte Stellen hat. Hier zum Beispiel. Das hier hinten, das ist schon relativ ausgebrannt. Aber das ist jetzt nicht weiter dramatisch. Und auf der anderen Seite werde ich das gleich jetzt mit den Schwarzwerten machen. Also jetzt hier einfach wieder so ein bisschen mehr Kontrast reinbringen ins Bild. Hier muss man schon aufpassen, dass es nicht komplett absäuft, aber so ist es doch in Ordnung. So ein bisschen Klarheit gebe ich rein, aber wirklich nur so ein bisschen. Also mehr als plus 10 mache ich hier eigentlich nicht, weil das sonst immer so ein bisschen grungy aussieht. Und der Look gefällt mir einfach nicht so sehr. Von daher lasse ich das immer so. Und ja, das gefällt mir so schon ganz gut. Den Himmel könnte man noch so ein bisschen abdunkeln. Deswegen werde ich jetzt hier einfach mal einen Verlaufsfilter nehmen. Mit gerückter Alt-Taste werde ich das jetzt hier mal komplett zurücksetzen und einfach mal die Belichtung noch so ein bisschen runtersetzen. Und dann hier einfach mal mit gerückter Shift-Taste einen geraden Verlauf von oben nach unten ziehen. Genau. Ja. Gefällt mir so besser, weil man jetzt hier einfach so ein bisschen mehr Angleichung vom Himmel und Stadt hat. Ja, es war also noch nicht der perfekte Zeitpunkt, wo wirklich alles komplett ausgeglichen war. Der Himmel war noch ein bisschen zu hell, die Stadt noch ein bisschen zu dunkel. Und von daher arbeite ich jetzt hier einfach mal im Nachhinein noch mit einem Verlaufsfilter und kann somit hier ganz gut ein Ergebnis erzielen. Übrigens mal ganz kurz zum Bild. Das ist tatsächlich ein Bild, wo ich ein bisschen was ausprobiert habe, wo ich mit längerer Belichtung mal gearbeitet habe. Du siehst es jetzt hier an den Einstellungen. 153 Sekunden belichtet, meiner Blende 8, 18 Millimeter und ISO 1600. Ja, also ich sage ja immer ISO eigentlich 100. Ich habe tatsächlich jetzt hier mal mit einem neuen ND-Filter gearbeitet und da wollte ich einfach mal so ein bisschen was ausprobieren und wollte da nicht ewig in der Belichtung warten. Vor allem, weil halt auch der Himmel entsprechend sich schnell verändert hat. Und deswegen habe ich da einfach mal die ISO-Zahl ein bisschen höher gedreht, damit die Verschlusszeit nicht zu lang wird. Normalerweise empfehle ich das nicht. Das war jetzt hier wirklich mal ein Test. Aber ich finde trotzdem, dass dieses Testbild relativ gut rausgekommen ist und auch mit ISO 1600 kann man natürlich noch Bilder bearbeiten. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nur Bilder bearbeite, die mit ISO 100 fotografiert worden sind. Von daher, von den Gedanken solltest du dich so ein bisschen freimachen. Man kann auch durchaus Bilder verwenden, die mit einer höheren ISO-Zahl aufgenommen worden sind. Und von daher möchte ich das jetzt auch wirklich mal live demonstrieren, dass das möglich ist. So, weiter geht's. Ich gehe mal in die Details-Palette hier und werde das Bild auf jeden Fall noch ein bisschen nachschärfen. Also so einen Wert von 80 ungefähr. Und dann maskiere ich das Ganze mit gedrückter Alt-Taste wieder so ein bisschen aus. Und das bedeutet, alles was schwarz ist, da wird jetzt nicht geschärft. Und überall wo weiß ist, da wird geschärft. Und du siehst, das sind die Kanten. Und die Kanten, das ist das Wichtigste, dass da geschärft wird. Super, dann sind wir auch hier fertig. Jetzt werde ich mal in die Kamerakalibrierung reingehen und noch so ein bisschen was am Farblook machen. Ich bin immer so ein Freund davon, den Blauwert immer so ein bisschen weiter nach links zu schieben. Also hier so minus 20, das gefällt mir ganz gut. Da ist der Himmel, verändert sich so ein bisschen von der Farbigkeit her. Die Rotwerte schiebe ich immer gerne so ein bisschen weiter nach rechts. Und die Grünwerte, schauen wir mal, wie das aussieht. Wenn wir die so ein bisschen weiter nach links bringen. Das sieht doch eigentlich ganz cool aus. Gefällt mir ganz gut. So, dann gehen wir in die Effekte rein. Eine kleine Vignette bekommt das Bild, um das hier einfach so ein bisschen abzuschließen und die Ecken so ein bisschen dunkler zu machen. Also minus 10 ungefähr. Oder minus 9. Okay. Dann gehen wir nochmal in die Gradationskurve rein. Und jetzt werde ich hier noch so einen kleinen Look basteln. Also so eine kleine S-Kurve noch bauen. Das bedeutet, ich werde jetzt hier die Schatten so ein bisschen abdunkeln, aber wirklich nur so ein bisschen. Dafür die Schwarzwerte so ein bisschen aufhellen noch. Dann bekommt das Ganze so ein ganz bisschen so einen Matt-Look, aber wirklich nur so ein ganz bisschen. Also nicht zu doll. Und die Highlights werde ich noch so ein bisschen abdunkeln. Das sieht doch schon so ganz gut aus. So, also es ist keine wirkliche S-Kurve geworden, sondern etwas, was nicht wirklich erkennbar ist. Aber darum geht es auch gar nicht immer nur S-Kurven zu bauen, sondern es geht einfach darum, dass man jetzt hier wirklich immer auf das Bild angepasst seine Anpassung macht. So, ich werde auf jeden Fall auch nochmal in den Rotkanal reingehen und da das Rot so ein bisschen verstärken in den Mittelwerten. Nicht zu doll. Du siehst schon, wenn man jetzt hier kleine Veränderungen macht, dann wirkt sich das immer schon sehr, sehr doll aus. Ich möchte einfach den Sonnenuntergang hier so ein bisschen reproduzieren. Deswegen werde ich hier so ein ganz bisschen Rot reingeben. Und auf der anderen Seite werde ich jetzt auch nochmal in den Blaukanal reingehen. Und wenn ich Blau rausnehme, dann gibt es so ein bisschen mehr Gelbton. Also das ist ja die Komplementärfarbe zum Blau, also Orange eigentlich. Und da gebe ich jetzt hier einfach noch so ein bisschen Orange mit dazu, indem ich das Blau so ein bisschen rausziehe. Ja, das sieht doch super aus. Perfekt. Okay, in die Teiltone gehen wir auch noch rein. Und jetzt werde ich hier die Lichter mal mit gedrückter Alt-Taste übrigens, wenn man das mit gedrückter Alt-Taste macht, dann sieht man das Ganze immer von der Sättigung 100. Also da muss man jetzt hier nicht die Sättigung immer extra hochdrehen, damit man die überhaupt erstmal ein Ergebnis sieht. Weil standardmäßig ist die Sättigung bei 0. Und von daher, wenn ich jetzt hier den Regler hin und her drehe, sieht man erstmal gar nichts. Und deswegen einfach die Alt-Taste dabei drücken und dann hast du hier auch gleich ein Ergebnis. So, jetzt werde ich hier so ein bisschen Sättigung noch reindrehen. Und in den Schatten werde ich das Ganze so ein bisschen in den Blau-Bereich reinziehen. Müssen wir einfach mal gucken, wie das aussieht. Na, so ein bisschen einfach. Super. Sehr schön. So gefällt es mir schon ganz gut. Ich mache jetzt hier mal mit Shift und V einen Vorher-Nachher-Vergleich. Leitung brauchen wir auch mal kurz. So sah das Bild vorher aus. So sieht es jetzt aus mit der Bearbeitung. Das gefällt mir so schon ganz gut. Ich überlege gerade noch, ob noch was zu machen ist. Sieht aber so schon eigentlich ganz gut aus. Vielleicht so ein ganz bisschen Dunst entfernen noch mit reinpacken. Einfach um so ein bisschen mehr Kontrast reinzubauen. Du siehst jetzt hier auch im Histogramm, dass es schon so ein bisschen links orientiert ist. Das bedeutet, so ein ganz bisschen unterbelichtet ist das Bild. Deswegen werde ich jetzt hier so ein bisschen das Ganze aufhellen. Ungefähr. Ja, nicht zu doll. Na doch, so gefällt es mir eigentlich ganz gut. Wenn man eine halbe Blendstufe aufhält, sieht eigentlich ganz cool aus. Und ich denke mal, so kann man es fast lassen. Ein bisschen mehr Kontrast gebe ich noch rein. Ungefähr plus 10. Die Lichter werde ich noch so ein bisschen weiter abdunkeln. Ungefähr minus 70. Und jetzt haben wir doch schon ein Ergebnis, womit man durchaus zufrieden sein kann. Ich werde insgesamt jetzt hier nochmal den Verlaufsfilter so ein bisschen anpassen. Den ein bisschen weiter runter. Und auch von der Farbigkeit. Ich werde jetzt hier mal so ein bisschen mehr Klarheit in den Himmel noch reinpacken. Und auch so ein bisschen mehr Kontrast. Ja, das kann man durchaus machen hier in den Himmel. Da kann man auch durchaus ein bisschen stärker arbeiten. Und ich werde auch hier auf jeden Fall das Rauschen entfernen noch so ein bisschen mit reinpacken. Und von daher hier mal das Rauschen entfernen noch so ein bisschen. Okay. Dann haben wir das. Und ich werde auch nochmal mit dem Pinsel hier so ein bisschen reingehen. Und hier unten ist es mir so ein bisschen zu dunkel. Und von daher werde ich jetzt hier einfach mit dem Pinsel nochmal reingehen. Und hier noch ein bisschen mit positiver Belichtung arbeiten. Und jetzt hier einfach so ein bisschen Belichtung noch reinmalen. Das sollte nicht zu doll sein. Jetzt habe ich hier auch so ein bisschen was von der Brücke angemalt. Deswegen werde ich das jetzt mit gedrückter Alt-Taste wieder rausmalen. Ah, mein Lightroom hängt jetzt hier gerade so ein bisschen. Deswegen dauert das alles ein bisschen länger. Und ich werde insgesamt die Belichtung da so ein bisschen runterdrehen, damit es hier nicht zu krass wird. Aber so gefällt es mir doch schon ganz gut. Okay. Das soll es gewesen sein. Ich finde, das ist doch schon ganz cool geworden. Man muss nicht immer mega viel machen an so einem Bild. Das reicht auch, wenn man wirklich so ein paar Anpassungen macht. Aber so gefällt es mir doch schon ganz gut. Ich zeige jetzt nochmal ganz kurz hier den Vorher-Nachher-Effekt. So sah das Bild vorher aus. Die RAW-Datei. Und das ist jetzt das, was wir in Lightroom draus gemacht haben. Und ich finde, das ist doch ein ganz cooles Ergebnis geworden. Wenn dir das Video gefallen hat, dann drück auf jeden Fall auf Gefällt mir. Und wenn du weitere Videos sehen willst in dieser Art, schreib es einfach mal unten in die Kommentare. Und ansonsten abonniere natürlich den Kanal, wenn du das noch nicht getan hast. Denn es gibt jede Woche zwei neue Videos. Immer am Mittwoch und immer am Sonntag. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Fotografieren und beim Bilder bearbeiten. Wenn du mehr sehen willst und das Ganze auch noch mehr vertiefen willst, dann schau einfach mal auf meinem Online-Store. Wobei, da gibt es nämlich Videotrainings zum Thema Lightroom, zum Thema Workflow und so weiter und so fort. Und auch Photoshop. Und da kannst du einfach mal reinschauen, ob da was für dich mit dabei ist. Wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017